Hallihallo meine Lieben und herzlich Willkommen zurück zu The Walking Dead Staffel 3, A New Frontier. Ich muss, äh, die letzte Folge habe ich mich nicht verabschiedet, weil ich einen sehr schnellen Cut machen musste, da mich der Grafikfehler so gestört hat. Ich kann es nicht immer ausbessern, manchmal muss ich das Spiel dann einfach ausmachen. Aber jetzt geht's. Dafür mache ich heute Überlänge. Javi, meet the guys. Clint runs food production. The crops you saw, that's him and his people. Jones, our bridge to the outside world. She handles contact with other settlements. Pleased to meet you, Javi. I trust you've been treated well. I hope you haven't been handled too roughly. Some of our people left their courtesy with their old lives. Oh yeah, the cell you threw me in was totally five star. I'm sorry about that. We have to be careful. I'm sure you can understand. We were just about to eat. Clint was trying to convince me of the essential superiority of his creamed spinach over my magnificent Black Forest Gâteau. It's no contest. The spinach has real nutritional value. Javi, take a look at that table. You tell me what you'd rather put in your belly. Spinach from Clint's garden? Or a baked delicacy by yours truly? Well, I'm with Clint. Gotta eat your greens if you want to grow up big and strong. Ah, exactly. At least you're being honest. Please, make yourself comfortable. No, spinach. We value straight talk here, so please. Forgive me if I seem direct. We're usually pretty strict about who we open our doors to. Your brother's word counts for a lot. Is that so? The three of us, and Dr. Lingard, make all the decisions here. So, yeah. People who choose to stay with us, they have to deal with us bossing them around. Not saying you wouldn't, but it can be an adjustment. Especially for the more independent-minded. There's no structure out there now. People get used to doing as they please. I always do what I'm told. Ask my older brother. You're gonna fit in well, Javi. I can see that already. When Joan and I met your brother, he was trying his hand at fruit. Fruit? We found him slowly murdering an orchard on the Shenandoah River. Hottie-fucking-hah. I helped him bring it back to life. We had a good run there. For as long as it lasted. What happened? What always happens. We trusted the wrong damn people. That's what led us to start this. Wondering what this fine piece of body art is all about? It's our litmus test for loyalty. Have seen that mark a few times. You probably saw it at the gates. Right, Javi? We all took it as a sign of commitment. It was a crude answer to a difficult problem, and it hasn't always worked. Please understand. We had a terrible winter just after we moved here. We... We lost a great deal. Loved ones who left holes in our lives. Protecting my people from that kind of pain, that's what keeps me awake at night. It turned me into a perpetual night owl. I know it's a lot to ask. I know how you feel. Seeing the people I care about suffer, it... It's a terrible feeling. I just want to shield them from it all. It's a noble aim. One worth fighting for. Max? What are you doing here? I sent for him. Since when does he answer to you? From what I hear, he's well acquainted with your brother. They exchanged a few bullets outside our walls. Is that right? Is there bad blood between you and Max? Nothing that can't be worked out. I want to hear that from Javi. Let's just say I wouldn't invite him to my wedding. Yeah, I wouldn't fucking go. Good. Because I just said you wouldn't be invited. Max, how did this start? Don't look at him. You have an obligation to tell the truth. We caught him siphoning gas from one of our vehicles. Max. Sorry, David. I know he's family, but your brother's a thief. Is it true? Answer her. I was scavenging whatever I could find. I had no idea it belonged to you. If you'd just asked, we'd have given it to you. That, that's not all. Rufus said Clementine ran his truck off the road just to break him free. Clementine? The girl we had trouble with in the past. You can always judge a man by the company he keeps. Running with that girl don't look good. I would say not. Clementine's not a bad person. At least from what I've seen. Of course you'd say that. You got that honor among thieves. This is who you're asking us to vouch for, David? Seriously? You know we can't just open our doors to bandits. We're trying to build something different here. Something resembling civilization. You think I'm bad? You have maniacs running around out there who are much, much worse. I'm not sure what you mean. We hold our people to the highest standards. Harvey? You have something to say? One of your people. Some asshole called Badger. He put a bullet in a little girl. My niece. David's daughter. What? Dammit, Harvey. I told you I'd handle it. No, David. This cousin fucking dirtbag has the balls to accuse me. He and Badger destroyed an entire town. That's enough. No. We need to hear this. Go on, Harvey. Sounds like you've got more to get off your chest. They overran Prescott with walkers. Ran them in on trucks. Badger did that. Not me. You were right there next to him. I tried to get him to stop. I swear. David, we warned you about getting your soldiers in line. We don't know all the facts. We know enough. She's right, David. You've lost control. I want them gone. All of them. Take Harvey and everyone in the quarantine to the gate. Send them out with enough weapons to defend themselves, but no more. Look, we can't fight this. Not now. Kate and Gabe will be safe here. Your doctor friend, too. But the rest of you, you're gonna have to do what they say. I'm sorry. It's out of my hands. I can't leave Kate and Gabe alone. They won't be alone. I'll be here to take care of them. I can't help you now, but maybe I can down the road. Just stay alive. Okay? Oh, my God. I believe I'm not. That's probably a bad joke, man. That's probably a bad joke. Ähm... Oh, my God. Eh, my God. Oh, my God. Okay. 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 All right. Ihr solltet uns Waffen mitgeben. Was macht sie denn? Die sind jetzt kaputt. Der Typ ist ein Schrank ey. Ja. Schön. Alter, du hast dich von dem Mädchen K.O. schlagen lassen. Warum bin ich jetzt tot? Ja, ich war dabei. Nein. Ach nö. Ich krieg bei dem Spiel immer Hunger, ich weiß nicht woran das liegt. Was ist das? Was ist das? Es glaube ich schaffe. Ich glaube, sie passt einen für alle. Ava sagte, David packt die Bagel. Warum ist das mit eine Baseball-Bat? David's Gefühl von Humor war immer das mal gemacht. Mhm. Ähm. Der ist es. Toll, dafür hätten sie auch keine Tasche geben müssen. Hey, ich will die Axt. Toll, er nimmt das mit. Ich krieg dann die Taschenlampe oder was. Ah ne, ich hab den Baseballschläger. Gut. Sie ist in Sicherheit. Sei doch froh. Ich kann's nicht verlieren. Ich sag's euch. Ich kann's nicht. Prescott, Conrad. Vielleicht Eleanor? Du verlierst niemanden. Ich lasse das nicht passieren. Ich geh dich auch an, Javi. Entschuldigung, Mann. Schauer Tag, zu sagen. Ich weiß, du hast meine Beine. Und ich hab deine. Natürlich. Nach dir. Ja, wir sind Bestfriends, ey. Bro. Ey, Spaß beiseite, ey. Sie soll froh sein, sie erstmal als Doktor ist sie fast unentbehrlich. Und zweitens ist sie erstmal in Sicherheit. So, Kate ist in Sicherheit. Gabe ist in Sicherheit. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal positiv. Die drei Männer und Häschen. Die drei Männer können sich auch alleine wehren. Wahrscheinlich treffen wir jetzt auch wieder auf Clementine. Das war ja auch so, ne? Was soll ich jetzt machen? Ja. Das war ja auch so, ne? Ich... Hey, Mann. Es ist alles gut. Mach es. Ich habe das Gefühl für sie. Vielleicht muss ich nicht, aber... Das machte sie einfach weg. Ah, keine Fehler in sagen. Ja. Nur reale Fehler in nicht sagen. Wenn du sollst. Es ist immer eine Scheiße, nicht? Was ist das? Wer du liebst, wer du liebst? Wer du liebst? Wenn sie eine und andere oder andere sind. Du wirst du was? Ja, du bist richtig. Gottvergültige Scheiße. Und es ist niemals ganz auszulich. Ich weiß, dass Elinor sagte, dass sie und ich... ...wann wir... ...wann wir... ...wann... ...wann... ...wann jetzt ist es. Ich respektiere ihre Wünsche. Ich wirklich mache. Ich wünsche mir nur mein Herz und mein Herz. Oh mein Gott. Männer unter sich. So süß. Oh, die schüttten da ihr Herz aus. Wie geil. Das ist unser Spürhund. Ich fühl mich grad nicht sicher. Oh. Okay. Okay. Look alive, people. I got them. Ach, du machst das schon. Д vendron! Das war ein gew Vill. == == == == == You want a piece of this? You should be more careful with this. Ey, ohne Scheiß, das ist die Einzige, der ich vertraue, ne? Ey, ja. Das ist echt die Einzige. Mit David. David? That asshole's still around. This is gonna sound really weird, but he's my brother. What? Wait, this place we're going, David sent you there? It's supposed to be safe. Clem! You can't trust him, Javi. I learned that the hard way. This brand is a lie. It's a lie that says you can trust us. You belong. They don't care about their people. They promised they'd help him. But they were gonna let him die. Hmm? AJ, oder was? Snow. Snow. Will sie sich jetzt echt mit dem Kind da hinschleichen? Oh! AJ, please. You have to be quiet. How she won our unit wrestling champion. I mean, she's a bitch. I was the fuck with her, right? Mmm. Here it is. It would have to be a shot. I hope I don't have to use that. Weiß ich eigentlich wie viel? Was ist das? Was ist das? Es ist die einzige Sache, die er zu retten kann. Aber es kann nicht. Entschuldigung, Clem. Ich versuchte alles. Ich... Ich versuchte es. Das wird ihm verbessern. Nichts kann euch jetzt helfen. Clem, zurück die Drogen. Bevor jemand herausfindet, dass du sie genommen hast. Ihr wisst, was sie hier machen. Ich muss versuchen. Hey, schau mal, AJ. Ein Böden. AJ, shh! Was ist das? Ich sagte ihr, es war eine schlechte Idee. Was ist das? Du bist wieder hoch? Du bist zusammen, bevor die anderen sehen dich. Deine mit dem Mann. Was glaubst du? Du hast gesagt, diese Drogen nicht helfen. Wie kann man so dumm, so dumm? Was glaubst du, dass ich ihn einfach aufgeben würde? AJ ist alles für mich, David. Ich würde alles machen, um ihn zu halten. Except, dass es nichts mehr zu tun ist. Du bist. Das Waste? Das kostet jemandem Leben auf der Straße. Jemand in diesem Kamp. Jemand, der sich für unsere Verteidigte hilft. Komm schon, David. Sie hat nur versucht, seine Kindheit zu helfen. Wir haben genug geholfen. Wir haben genug geholfen. Wir sollten ihn raus in den Wald ein Wochenende vor. Aber, schau mal. Es hilft. Es hilft. Du bist zurück. Das muss er aus, Glen. Du hast ihm einen Wunden gefärmt. Nichts mehr? Ich wünschte, dass ich ihn wasمكن. Aber das ist die Wahrheit. Das ist mehr als du, wie du. Es ist gar nicht wahr. Du sehr verletzt, kleine Scheiße. Wir legten unsere Hand für dich. Wir mussten uns von uns zu tun. Das ist das, wie du uns steigern kannst? Mit der geholfen? Mit der dich vor dem Gruppe zu nutzen? Du bist du hier wieder. Du within der Verlangen hast. Unsere Regeln, Clem. Verlust unsere Vertrauen. Es gibt keinen Ort für dich in der Neue Frontier. Du wißt du was? Bist du dich. Und Bist du die Neue Frontier. Du hast es bereits getan. Das ist warum du musst du gehen. Vielleicht sollten wir sie eine andere Chance geben. Nicht mich an das, Paul. Du wißt du, was Joan würde sagen, wenn sie hier wäre. Ich bin sorry, Clem. Du hast das auf dich selbst gebracht. Komm schon, AJ. Wir brauchen diesen Ort, in Ordnung. Nein. Bitte, warum? Can't take him with you. That ship has sailed. Get out of my fucking way. Right now. Clem. He's in no condition to travel. Let him go, Clem. He'll only drag you down out there. Das glaube ich ja jetzt wohl nicht. Ich hab mir das Kind weggenommen. Hallo, das ist Bastarde, ey. Boah, ich hab grad so ne Wut im Bauch. Hammer. Oh mein Gott. Saya muss weinen. Ich hab' ich schon erwähnt, dass ich dieses Mädchen liebe. Moving und figurenläuten. Wir servieren. Wir sind wieder. Wenn es zu viele von ihnen aufhören wird, dann wird es geben. Ich muss einen Weg in finden. Ach, ging nicht. Scheiße. Ach, warum muss ich denn wieder nach irgendwas suchen? Verdammt! Naave! Das ist nicht so, dass die Tür öffnet. Das ist alles. Es geht nicht weiter. Allein in! Ist er jetzt drin? Hat er es geschafft? Du kannst aber laut sagen Was ist das? Ich vertraue Clem. Ich vertraue ihr. Okay. Ach, lass mich hin. Oh, oh. Did you let him turn? Tell me. Now. Answer her question. Now. We didn't have to worry about that. What the hell does that mean? He lived, Clem. He lived. But how? He was dying. Clem said so. AJ bounced back. He was stronger than we thought. It was... a miracle. You're lying. That's great. Clem, this is good news. How am I supposed to believe you? Clementine. Please, I'm telling the truth. Where? Where is AJ now? I don't know for sure. But he's in Richmond? Dr. Lingard took care of the boy. He'll know how to find him. Then I'm going back. None of us are going anywhere until the walker's clear. What's your plan, David? We store vehicle up this way. Provisions. I came to get you set up. And? And say goodbye. I don't want you to worry about Kate and Gabe. I'll take care of my family from now on. They'll be safe with me. Fine. Take care of them. It's about time you stepped up. You've got some nerve. Shit. Ward it up. We need something to buffer. Something heavy. There. Help me. Wait a half second. Where did you find this? Over there. Show me. What the hell is all this? He said. This could come in handy. Don't want to just take them, but... I might be going crazy, but... I think these came from Prescott. Yeah. Come on. Ich verstehe nicht, wie alles hier ist. Wie du nicht wissen. Hey, keine Ahnung von diesem was hier vorhin. Ich habe nichts zu tun. Wir haben nur ein paar Basik-Supplies hier, für scouts, für emergenenze. Ihre Leute looten das von Prescott, David. Komm schon, wir können das nicht wissen. Wer weiß noch von diesem Ort? Ihr Outfit ist der einzige, die meine Stadt gutte. Das ist größer als Prescott. Sie sind von anderen Städten hier, auch. Die Städte, die ich hörte, wurde ein paar Mal zurückgelegt. Sie sind hier von der König. Ich weiß nicht, wie viele Leute da sind. Ich weiß nicht, wie ich das ist. Ich weiß nicht, wie du hier bist, wenn du nicht all Trigger-Happen bist auf David's Familie bist. Geh auf! Ich mach ihn. Ich mach ihn wieder einmal, um sie zu sehen, Du bist doch schuldig, Agent. Du bist nur das jetzt klar? Ich hab dir gesagt, Joan ist auf der Kriegbewegung. Die letzte Sache, die wir brauchen, ist die Leute zu fangen von all diese Sachen. Schau mal all diese Scheiße. Wir fangen in die Scheiße. Ich gebe dir das. Ich bin froh, dass wir noch ein paar Smokes gefunden haben. Diese Scheiße ist die neue Gold. Und jetzt können wir sehen deine Scheiße, du Scheiße! Dann renn doch mal irgendeiner hinterher, bitte. Ach ja. Warum muss ich denn ihn nehmen? Ich hätte lieber den anderen. Okay, 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 okay. Uh, das war aber knapp. Habe ich ein bisschen zu langsam reagiert? Die Verfolgungsjagd mache ich noch und dann mache ich eh einen Cut. Hallo, Kumpel. Oh. I'm... Ja gut, Leute. Ich sag eh tschüss. Bis zum nächsten Mal. Es ist das, was weiß ich vielleicht. Vielen Dank.